Hey ho Freunde, ja und willkommen zurück zu Resident Evil 4 und ich hatte gerade so einen komischen Bug, wo einfach mir das Dingschen geblieben ist, dieser komische, äh, äh, Kaufmann hat mir gesagt, so, ja, ne, bis hierhin und nicht weiter, sag ich. Ja, ich muss jetzt diese Folge nachsynchronisieren, ja, gute Ware, weil ich, ähm, diese Datei, die diese Zone hier aufgenommen hat, irgendwie gelöscht habe, oder beziehungsweise, sie hat nicht alles aufgenommen und da war die Hälfte weg. Und ich wollte, dass ich diese Kum, dieses Video hier löschen und dann sagen, ja, nö, ne, einfach nö, ihr kriegt die Folge nicht und dann mache ich einfach irgendwie nächstes Mal weiter, ne, das mache ich nicht, deswegen habe ich einfach gesagt, ich synchronisiere das erste Mal nach, mal sehen, wie ich mich schlage mit nachsynchronisieren, ähm, ich weiß auch nicht, warum es da ging jetzt, also, das ist schon voll lange her, also, äh, 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 wir haben, was haben wir eigentlich nochmal vorgemacht, ja, wir haben, wir haben diese komische Insignie gefunden, diese schwarze, äh, runde, goldene, womit wir irgendwie in die Kirche kommen können und dort soll sich Ashley befinden, jetzt kaufen wir uns nochmal was bei, äh, oder auch nicht, wir tunen auf, meine ich natürlich, äh, die TMP, warum habe ich die TMP aufgetunen, ne, klar, Kapazität und Feuerkraft und Ladegeschwindigkeit, einfach alles, weil wir zu viel Geld haben und wir sind voll größeres und so, ja, viele von euch, die mein anderes SPL gesehen haben, wissen, dass ich, das, was jetzt kommt, und zwar, sage ich es jetzt nicht, ha, 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 ja, erst mal, was war das, ach so, das war ein Fisch, hä, hä, die Fische sind immer noch da drin am schwimmen, aber die kann man sowieso nicht da rausholen, weil wegen, wenn man abschießt, kann man nicht da drauf, wenn man aufs Boot geht, fährt da einfach weg, so, äh, ich hab, ein Fisch hab geschossen, trotzdem fahr ich jetzt weg, kannst du dich dran hindern, so, die... Okay, TMP, nanananana, TMP, nananana, ilalalalalong, ilalalalalongolongolongolongolongolongolongolongolong Yay! Und die Kissen kaputt machen. Munition, nein, aber Krauts opkel. Jetzt kann man das kombinieren, zack und zack und dann haben wir riesengrüne Krütze, GoDadsel, Grühne Grütze haben wir dann. Wie in der Werbung. Ich habe gestern in der Werbung gesehen, so eine Werbung. Rote Grütze. Oh, rote Grütze ist so lecker. Die schmeckt voll nach Grütze. Oh mein Gott, volle. It's a trap. Oh, voll die Wichser. Lasst es zu, lasst es zu, bitte lasst es zu. Taut sie. Vapino, Vapino. Usterus Musculus. Wie geil. Makino, Makino. Oh, Taut sie verloren. Habt ihr verkackt, Alter. Weißt du jetzt kommt? Der schlimmste Antraum. Namens Elgigant. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Wa-ha-ha-ha-ha. Sterbt. Ha-ha-ha. Hau um. Oh, kicker, Alter. Bam, und fu- Parch. Fuck it. Und jetzt, fu- Thro. Wum, wum, wum. Puh. Ja, und wir sind halt Athletik-Künstler. Wir haben Athletik-Geskrieg, wie noch Vivian. Deswegen. Komm, dich machen wir fertig, Alter. Oh mein Gott, der ist so riesig. Oh mein Gott, der ist so riesig. Back, 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 back. Oh, du überträgt den Baum, Alter. Alter, verpiss mich mit dem Baum. Was ist... Verpiss dich, Mann. Ich schieße dir ins Bein. Ich schieße noch die Beine im Kopf. Ah, weg, 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 weg. Ah, na für Arsch. Haha, ich weiß, wie man ausweicht. Ah, voll. Voll genutzt, ey. Na, was machst du jetzt, ey? Krieg dir so ein paar Schüsse in den Kopf, ey. Ich glaub, dich in die Beine. Oh, du, Mann, Alter, voll unfair. So, durchlaufen. Ah, jetzt kommt mein, äh, wie hieß der, wie hieß der nochmal? Johnny. Hallo, Johnny. Nein, Johnny, sie verfolgen dich. Hey, was ist das Dog? Wuff, wuff. Miau. Wuff, wuff. Miau, miau, wuff. Häu, dieser Hund. Er fackt mich. Oh, der hat mich einfach in Ruhe gelassen. Huuu. Nein, lass meinen Hund in Ruhe. Oh, ich glaub, der hat Kopfschmerz. Oh, okay, das. Okay, am besten ist, wenn man das abschießt. Aber ich probier mal was aus. Ich nehm mal die Landgranate. Das muss ja eigentlich gehen. Ah, Mist, oder auch nicht. Na gut. Ähm, dann ist es besser, wenn man da draufschießt, weil es mehr Schaden macht. Aber ich seh das grad nicht, deswegen geh ich jetzt hoch und schneide das erste Mal einfach mal. Ich hoffe... Ah, klick, 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 klick. Na, weil gefällt dir das, alter? Gefällt dir das, hä? Du stehst auf hartem Messer in deinem Rücken, oder? Du schießt dir an den Kopf, weil du so dumm bist. Bom, 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 bom. Oh, Rumbock, Rumbock. Otza! Damit kannst du mich nicht reinlegen. Ich bin voll der Resident Evil Veteranen, Junge. So was für dich esse ich zum Frühstück. Ha, siehst du, stammst du gut daneben, ey. Ich schieße dir in den Kopf. Ich schieße dir in den Kopf. Ja, lass uns erstmal hier ein Ei nehmen. Weil hohe Eier haben viele, viele, viele Ballaststoffe. Da muss ich gleich fett kacken gehen. Okay, wo ist der? Wo ist der? Oh, ich will Bowling. Ich will Bowling. Ich will Bowling. Kann man das auch ausweichen? Ich will es gar nicht ausprobieren. Ich laufe, oder? Nee, kann man nicht. Oh, hatte ich Glück gehabt, ey. Hatte ich Glück gehabt. Oh, danke fürs Öffnen. Also, ich glaube, du magst mich doch. Ich kann mir die allerbestesten Freunde sein. Ey, wenn wir beide ein Team sind, wir könnten einfach Settler umbringen. Ich schreite auf dir wie so auf ein Pferd. So, jetzt hieß er auf seinen komischen Parasit. Und stirbt. Und tot ist er. Einfachst entgegner. Ever, ever, ever. Ja, fall um, ne? Komm doch, komm doch, komm doch. Fokon. Paaaaaaaah fail. Ich nenne dich jetzt LG Falo. Oder LG Gante fail. Das gigantische fail. Und wer macht überhaupt die Zuhörungen wieder auf? Warum man nicht vorher schon auf? Na egal. Warum man die Häuser noch am Stehen, wo das aufgegangen ist? Ui, Riesen-Lichtstrahl. Wir sind heilig. Es bin ich zu Sankti. Nein, doch nicht. Wir haben nur Geld bekommen. Nur Geld. Nur Geld. Nix anderes. Wir wollen nur Geld. Ey, dein Fuß blockt mich. Geh mal weg. Dein Fuß ist scheiße. Ey, der blockt mich immer noch. Was hast du für fette Füße, ey? Arschloch. Fettfuß, Mann. Das ist der Breitfettfuß. Breitfettfuß. Der ist gut, ne? Okay, oh, wir haben einen perfekten Mischmasch. Nein, nicht im Fisch. Ja, ja. Ui. Das freut mich voll. Auch, ich hätte einfach das Gelbe auch oben hin tun machen können. Aber egal. Hintun machen können vor allem. Ja. Ja, die Pistole. Das ist eine Pistole, Junge. Ja, gut. Nehmen sie dir. Äh, was habe ich da gemacht? Ach ja, ich wollte da reingehen. Nein, ist zu. Ha, ha. Jetzt habe ich am Fuß nicht geblockt. Keine Ahnung warum. Spinelli. Gewährmulition und Geld. Danke. Tschö. Erstmal gucken. Äh, ne. Neh, nehm ich noch nicht. Gleich kommen so übelst hässlige Gegner. Da habe ich das erste Mal aufgehört, Resident Evil zu spielen. Resident Evil 4. Und zwar kam das Spiel heraus, wo ich 14 oder 13 war. Ich habe das Spiel natürlich direkt gehabt. Ich meine, hallo, ich bin hier. Ich bin ein Evil-Fan geworden. Auf jeden Fall, habe ich das Spiel gehabt. Und ich habe mich übelst erschrocken schon bei dem Kettensäge. Oh mein Gott, wie kann hier so ein Kartoffelsack so unbesiegbar sein? Ich dachte, der wäre echt unbesiegbar. Und dann habe ich bis hierhin weitergespielt. Eine große Leistung für mich. Damals war ich echt ein Schisser. Bin ich immer noch. Ähm, aber bei diesen Dingern, die gleich kommen, habe ich mich so erstrocken, dass ich das Spiel aufgehört habe. Erstmal. Und als ich viel, 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 viel später angefangen habe wieder. Versuchen wir das zu messern. Das müsste ja eigentlich gehen. Okay, aber auch nicht. Oder? Ne. Scheiß Ding. Spring doch einfach, Leon. Spring doch einfach. Natürlich nicht. Ich habe diese Funktion nicht zu springen. Ja, für alle, die ich auch mitbekommen habe, ich will diese komischen Dinger nicht sammeln, diese, ähm, Medaillen. Okay, hier ist das. Diese Viecher habe ich mich so erschrocken. Und zwar diese verfickten Hunde da. Wölfe, Hundewölfe. Huck, schau, schau, schau. Ich schau, schau, schau. Da, was sie mit einem machen. Oh, ich finde das so krass. Der Kopf von Nürnberg, der epileptische Anfall, ey. Ich schau mal, jetzt noch Platz, Platz, alles aus. Alles aus. Es ist aus und vorbei. A bullet with a name on a bullet with a name. Okay, erst mal, ich will mir hier ein Katzenauge finden, das ist ja alle ja noch. Und zwar haben wir, na nee, das sage ich nicht. Oder mach ich separate race auch noch mal? Keine Ahnung. Auf wie viel war ich dieses Rätsel hier nicht mehr? Ähm, Dreier- und Vierer-Schritte drehen. Wollen wir einfach mal drei. Und drei. Und drei. Und drei. Und drei. Was für, was jetzt? Richtig drei. Und jetzt? Richtig drei. Lässt ihr mir mal die vier. Nochmal die vier. Nochmal die vier. Äh, nochmal die vier. Und nochmal die vier. Und jetzt nochmal die drei. Ah, richtig. Da, 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 da. Das ist alles, was mein Gedächtnis kommt, ey. Äh, Schlüssel und... Schätz! Äh. Ich schätze, das sind Schätze. Ha, falsch. Ha, war ich dumm, ey. Okay, weiter. Hey, der Regentropf war von der Schulter. Ich war cool. Maschinengewehr des Himmels. Maschinengewehr des Himmels. Ich schwör's euch. Okay, hier müssen wir die Insignie reintun. Warum immer diese Kirche so eine Insignie irgendwo am Arsch der Welt hat? Der will dann in die Kirche reinkommen, wenn dann die Insignie fehlte. Alle so, such die Insignie. Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan hab. Scheiße, wir kommen nicht mehr in die Kirche rein. Lass die Fenster einschlagen. Ja, okay. Ja, schön still hier. Scheiß toll. Man hört natürlich nur den Donner. Die Faust Gottes. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, ich mach das gerade, weil wenn ich auf mein Outer City-Programm gerade gucke, ist dieser, ähm, rote Strich von der Lautstärke von meiner Stimme, der bleibt dann da stehen, wo ich am weitesten und am lautesten war. Und ich versuchte gerade, den Strich ganz nach hinten zu bekommen. Okay, jetzt hab's geschafft. Jetzt bin ich cool. Das war's echt wert, ey. Okay, äh, jetzt zurück zum Spiel. Äh, ja. Ja, wir sind gerade in der Kirche von den Los Illuminados. Hohensinn. Rüber, oioi, ich fühl mich wie Tatsache. Und bam, runter und Genickbruch tot. Er steht verloren und aus ist das Spiel und du bist ein Arschloch. Heldschottbar. Und hier können wir auch nicht lang, weil er auch Gitter ist. Junge, dreh um. Woher prüft das? Echt, die muss hier irgendwo sein. Das Ding lässt sich nicht öffnen. Das will ich nicht öffnen lassen. Oder das Ding hat einfach nicht den Befehl bekommen, um es zu öffnen. Scheinwerfer. Pfum, Disco. Machen wir nicht. Genau. Warum haben wir so ein Dings hier? Machen wir die Disco? Da, 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 da. Los Illuminados Musik, so. Äh, 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 ich bin tot. Pftppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp freunde seien durch dick und den ball und seine crew oh yeah 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 Ashley! Ashley! Wirf mit dem Stock! Hey! Hör auf! Nein! Geh weg! Komm her! Alles wird einfach gut sein. Mein Name ist Leo. Ich bin unter dem Präsidenten, um zu retten. Was? Jetzt haben wir Ashley. Scheiße! Nein, deine Sister. Und ich muss dich raus. Komm mit mir! Leon, Bro. Ich habe auf den Schraubchen und erzeugte mein Thema. Nein, 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 nein. Wo ist der Schraubpunkt? Es gibt noch eine Träger, die du aus der Stadt holst. Der Schraubchen wird dich über die Fläche. Geh auf den Schraubchen! Geh auf den Schraubchen! Spielenanleitung. Ich brauche eine Spielenanleitung für Ashley. Also sie kann warten, dann kann sie, äh, Gesundheit und so. Und dann kann sie noch, äh, gefangen werden. Ja, das kann sie sehr gut, ey. Warte mal. wait, follow me, wait, follow me, wait, follow me, wait, follow me. Congratulations! es stirbt. Ich sterbe. Warte, folge mich. 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 Ah, Mann bin ich gut, ey. Danke fürs Kraut. Tschüss. So, jetzt nehme ich das nochmal ein Kraut, weil ich voll hungrig bin. Oh, ich muss jetzt nämlich erstmal... Scheiß, echt, hier muss ich jetzt nochmal drücken, ey. Bis von Umständen, ich habe noch mal raus hier. Keine Lust mehr. Scheiß Teil. Keine Lust. Warte, folge mich. Warte, folge mich. Warte. Aber Leon, warte, hab ich gesagt. Guck, die kann nicht mal ne Dings runtergehen, ne Leiter, ey. Scheiß, scheiß, scheiß verwöhntes. Segel, Ohren, Arsch, Fick, Angst, Hasen, Fick, Vieh. Hier ist gleich Sadler, warum er schon hier ist. Komm doch, komm doch. Ah, scheiße. Ich werde abfüßen. Wer bist du? Kannst dich gerne mitnehmen, wenn du willst. Warum ich nicht? Mein Name ist Osman Sadler. Laber nicht. Mein Name ist Osama Sadler. Ich bin mir ja befreundet. Ich bin der Bruder deines Onkels des Neffens. Glaube ich. Glaub ich. Glaub ich. Oh. Sekte. Sekte. Doch, ich kann das. So. Ach was. Ach was. Oh. Ey, wenn ihr schon keine Power haben. Oh, wie ein Paket, ey. So. Ja, wirst du nicht, ich will zurück. Guck mal, fix ein Ei. Das bist du schon mal klar. Tja, das war Embry. Ja, sie haben die Embry uns eingeschossen. Das ist sie. Wir haben nur geplant. Wir haben nur einen kleinen Gift. Der Gift der Gottes. Oh, es wird eine hellere Partie sein, wenn sie zurückkommt. Ey, ey, eine hellere Partie ist von Devon McRae. Der ist eine hellere Partie. Blablablablabla. Ich dachte, ich würde einen enbarn mit dem Präsidenten für ein paar Donations. Ah, Donations. Believe oder nicht, Es takes quite a lot of money, to give this church. Ah, ist klar. Wenn ihr so komisch ein Lichtspielchen habt, ey. So ein Rupro-Money, we know you were. Just a Soul-School, ne? Oh, I believe I for God. That we gave you this same gift. Ja, man hat mir jetzt auch voll Superman, Alter. Oh, I truly hope you will be a small. Ich mach einfach, oder nein und tot. Oder wenn die Ecks hat. We will become my power. Oh, ich glaub ich immer nicht. I will have total control over you. No, no. No, no. Don't think this is a revolution, that I may have made from you. I know what? Die wollen, die wollen, die wollen echt nicht zurücksetzen, zurückschicken wie so ein Paket, aber schießen auf sie. Stirb doch lieber. Ich hasse dich. Ich hasse voll zu. Leon, help! Moment, 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 Moment. Warum kannst du durch dein Fenster springen? Und später braucht sie sogar Hilfe beim Kacken, Alter. Komisches Weibel. Ende des Kapitels. Ja, endlich hab ich's nachsynchronisiert. Ich hoffe, ich hab's nicht so schlecht gemacht. Ich hasse nachsynchronisieren. Scheiße. Ey, ich hab voll die gute Trefferquote. Egal. Ja, dann würde ich sagen, ich mach jetzt hier Schluss. Lade das hoch nach ein paar hundert Minuten. Äh, egal. Egal, egal, egal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sek. Egal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020